Hallo meine Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Video über Lost Ark. Heute allerdings ein kleines bisschen anders. Was es mit dem Hintergrund hier auf sich hat im Video und was es damit auf sich hat, besprechen wir gleich nach dem Intro. Schön, dass ihr dabei seid. Wir schauen uns heute eine mega PvP-Schlacht an. Das sind 48 gegen 48 Spieler. Ja, in Lost Ark. Dieses Feature ist in Südkorea momentan in Entwicklung und wird aller Voraussicht nach auch zu uns in den Westen kommen. Bevor wir das allerdings angucken, möchte ich euch kurz eine richtig gute News erzählen, was meinen Kanal angeht. Ich bin nämlich ab jetzt offizieller Partner von Holy. Die Jungs haben mich angeschrieben, haben mir im Probierpaket zugeschickt, dass ich mich selbst überzeugen konnte von diesem Produkt. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal dafür und ich muss sagen, falls ihr Energydrinks mögt, falls ihr das sowieso trinkt, solltet ihr euch das unbedingt mal angucken. Kein Zucker, 4 Kalorien auf 100 Milliliter, alle B-Vitamine drin, also auch B12 und einige haben ja einen B12-Mangel und wissen es nicht mal. Zudem ist auch noch Vitamin D3 drin, was man ja nur durch Sonnenlicht bekommt, aber wir als Gamer haben da manchmal unsere Probleme. Zudem gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen und mir schmeckt jetzt die Sorte, die ich hier habe, sehr sehr gut. Tropical Tiger heißt die und nachdem ich das jetzt eigentlich sogar eine Woche, glaube ich, über eine Woche ausprobiert habe, jeden Tag, muss ich sagen, ich kann es euch empfehlen, voller Überzeugung. Ich hatte schon viele Angebote wegen einer Partnerschaft, ich habe allerdings noch keins angenommen, wie ihr wisst und da habe ich jetzt aber gesagt, okay, mach mal mit, denn das ist eine coole Sache. Wer Energydrinks mag, guckt gerne unten in die Videobeschreibung unten rein. Da gibt es einen Link und den Relics Code mit dem bekommt ihr erstmalig 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Probierpaket sehr zu empfehlen, da könnt ihr alle Sorten mal durchprobieren. Ihr mischt das einfach kurz zusammen, shakert das durch und dann trinken und durchstarten. Für mich wirklich eine gute Sache. Hält wirklich lange und hält auch was es verspricht. Man bleibt wirklich länger wach dadurch und hat seine Freude beim Zocken und zudem hat man alle möglichen positiven Effekte, aber mit natürlichen Inhaltsstoffen. In diesem Sinne starten wir jetzt durch mit dem Video über Lost Ark. Das ist das Intro, also quasi das Match wurde schon zusammengestellt und jetzt ist quasi es am Start, dass es hier losgeht. Ihr seht, das ist in Südkoreanisch und das ist jetzt natürlich in 21 zu 9. Und ihr seht, die sammeln sich jetzt alle. Ich werde euch nicht das komplette Video jetzt hier zeigen, sondern ich werde einen Zusammenschnitt machen von den Highlights, damit ihr natürlich nicht davon gelangweilt seid. Um euch kurz ein paar Features auch dazu zu nennen, das ist 48 gegen 48 Spieler, wie schon angekündigt. Und es geht hier um den PvP-Kontinent Rowan, der da in Entwicklung ist in Südkorea momentan. Ob wir das schon 2022 bekommen, ich würde jetzt vermuten, wahrscheinlich noch nicht. Ich schätze wahrscheinlich, das ist was für Anfang nächstes Jahr. Diese Matches sind 18 Minuten lang und ihr seht auch, und das ist wichtig hier an der Stelle und vielleicht für viele auch noch ein Knackpunkt, besonders für mich eigentlich auch. Ihr seht, hier wird der Gearscore angegeben in dieser Übersicht und das heißt, dass euer Item-Level hier eine Rolle spielt. Es ist also hier kein normalisiertes PvP wie in der PvP-Arena, sondern auch mit Item-Level und ihr könnt auch die Battle-Items, also die Konsumgegenstände, diese Granaten und so weiter im Kampf benutzen. Das sollte man hier auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht schon darauf hinwirken können, dass wenn es zu uns kommt, dass das auch normalisiert wird. Ich fände es besser. Aber wie bei uns im Westen ist ja auch schon die Gilde vs. Gilde im Krieg auch so mit Item-Level und Konsumgegenständen. Deswegen mal schauen, ob sich da was ändert. Wir werden sehen. Ziel ist es auf jeden Fall hier, dass man acht Kontrollpunkte auf der ganzen Karte hat und als Team so viel wie möglich davon einnehmen und kontrollieren sollte. Denn man bekommt alle drei Minuten für jeden gehaltenen Punkt fünf Prozent Fortschritt und die erste Partei, die bei 100 Prozent ankommt, hat gewonnen. Es geht hier also nicht darum, einander so häufig wie möglich zu killen, sondern diese Punkte zu halten, was der ganzen Sache eine strategische Note gibt, was ich gut finde. Was ihr hier auch gut sehen könnt, ist, dass die ganzen Spieler bis auf die Waffen, sage ich jetzt mal, eigentlich relativ, wie soll ich sagen, alle in eine Rüstung gepackt sind. Die sehen alle relativ gleich aus und das liegt daran, dass sie natürlich bei solchen großen Schlachten mit so vielen Effekten und mit so vielen echten Spielern auf dem Bildschirm Probleme haben mit der Performance. Also zumindest, wenn es jetzt noch in der Entwicklung ist, werden sie da wahrscheinlich das auch so belassen, um die Performance nicht über zu strapazieren. Und vielleicht ändert sich das auch noch im Laufe der Zeit, dass dann wirklich auch noch die echte Rüstung, die man gerade trägt, dass die auch angezeigt wird. Und der Start beginnt. Ihr seht es oben am Timer. Gleich sind es noch zehn Sekunden und dann geht die ganze Aktion los. Da werdet ihr auch noch sehen. Also wenn ihr auf die Map guckt, über mir direkt auf die Minimap, dann werdet ihr sehen, dass da Kanonen sind. Und das sind solche Tools, denen man sich bedienen kann bei dieser Schlacht, um ein bisschen Vorteile für sich zu erringen. Man kann also bestimmte Items auf dem Spielfeld benutzen, um besser dazustehen. Und soweit ich gesehen habe, gibt es auch irgend so eine Möglichkeit, sich zu verwandeln in eine Kreatur, die stärker ist, aber nur für eine gewisse Zeit und dann auch mehr Schaden anrichtet bei den Feinden für eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht mehr genau, wovon das abhängig ist, aber jetzt seht ihr ja, das ist schon, das wird ein richtig schönes, großes Gemetzel. Und natürlich ist man da besser dran, wenn man möglichst viel die Effekte reduziert in den Game-Einstellungen. Sonst wird das, glaube ich, schnell unübersichtlich das Ganze. Ihr seht jetzt oben, 1, 2, 4, 5 gehört gerade Team Blau, 3, 6, 7 gehört Team Rot und 8 ist noch nicht eingenommen von keiner der beiden Parteien. Ihr seht auch, der Timer läuft runter, es ist noch 16, 55 gerade. Und ihr seht jetzt auch, dass hier ein Timer runterläuft, wenn man gekillt wurde, dass man wieder auferstehen kann. Am Anfang, wo alles begonnen hat. Und dann natürlich wieder die Schlacht zieht. Hier seht ihr auch kurz die Minimap offen. Sehr interessant, hier die Punkte zu sehen, wie die verteilt sind. Links und rechts starten die beiden, also Blau und Rot. Blau startet links, Rot startet rechts, ganz rechts. Und dieser Punkt 8, ihr seht, der Punkt 8 ist unten, ganz unten im Süden und der ist grau. Und ich weiß nicht, wie man dort hinkommt. Das sieht auch noch interessant aus. Ihr seht auch links quasi, dass es immer Vierergruppen sind. Also das Ganze aus 12 Viererteams besteht sozusagen. Jetzt sehen wir diesen Kanonenmodus. Sehr schön. Ihr seht, da hat man sehr, sehr viel im Blick. Aber man muss natürlich höllisch aufpassen, weil die anderen sehen das ja. Dann ist man natürlich ein einfaches Ziel. Und ihr seht jetzt hier auch nochmal schön, das ist so ein Punkt, den man einnehmen kann. Und jetzt seht ihr bei Punkt 3, da geht einmal die Anzeige runter und dann geht sie für Blau hoch, also von Rot runter und dann zu Blau hoch. Aber jetzt steht jemand anderes drin von den Feinden. Zack, die haben es aufgehalten, dass der Punkt eingenommen wurde. Und ihr seht, das ist jetzt immer noch hier ziemlich stramm. Also die Blauen haben 20 Prozent, die Roten haben 15 Prozent. Das seht ihr ganz oben links und rechts. Und es sind noch ein bisschen mehr als 12 Minuten zu spielen. Könnte spannend werden hier, ne? Und ich glaube, hier sind wir jetzt bald an dem Punkt, wo sich der Spieler hier in so eine Kreatur verwandelt. Und das wollte ich euch natürlich auch noch unbedingt zeigen. Weil das Nice to Know ist ein gutes, cooles, interessantes Feature natürlich für das Ganze. Der hebt jetzt hier diesen, diesen Kristall auf oder interagiert mit dem auf jeden Fall. Und jetzt glaube ich, passiert das. Oder? Ja, genau, das ist es. Ihr seht jetzt hier, der hat sich in irgendeinen Riesenviech, Riesenkommandanten hier verwandelt und hat drei Skills, die er einsetzen kann. Und ihr seht, der hat, hoho, der hat brutal viele Lebenspunkte. Seht ihr unten? 9.450.000, wenn ich es jetzt richtig sehe. 4 Lebenspunkte und drei verschiedene Skills. Und da haben die Roten natürlich, also die Feinde jetzt ordentlich was zu tun, den niederzustrecken, wie ihr seht. Und der kann natürlich jetzt hier sich verausgaben mit seinen Skills, so weit er halt nur kann. Schaden macht er jetzt, glaube ich, ja, Schaden macht er jetzt gar nicht so brutal viel, glaube ich. Aber das Ding ist halt, dass man den nicht so schnell tot kriegt. Ich habe jetzt noch kurz ein bisschen vorgespult. Jetzt seht ihr allerdings unten, das sieht man jetzt nicht ganz von der Qualität her so gut, aber da ist ein kleines Icon über der Lebensleiste. Und das ist jetzt bei 10, 9, 8, das läuft gerade runter, das ganz linke von den Effekten. Und wenn das jetzt gleich auf 0 ist, dann verwandelt sich der zurück in die Gestalt. Jetzt. Zack. Habt ihr das gesehen? Das heißt, die Feinde müssen ihn nicht kaputt hauen in dieser starken Form, sondern sie müssen auch vielleicht es einfach nur über die Runden bekommen, dass der Timer abläuft und dann die Verwandlung wieder rückgängig gemacht wird, automatisch. Das ist natürlich auch okay. Das ist natürlich auch gut, weil sonst kann man es eventuell verdammt schwer haben. So, wir sind fast am Ende von diesem Match. Team Blau liegt vorne mit 90 Prozent. Und ihr seht jetzt auch, da ist so eine Portalanzeige hier auf der Map, wie man da rüberkommt zu dem Punkt 8. Und das scheint so zu sein. Da läuft jetzt auch ein Timer runter, wie ihr seht. Oben in der Leiste, ganz rechts mit diesem Helm, da ist es bei 30 Sekunden gleich. Und die kämpfen jetzt hier um diesen Punkt, wie es aussieht. Es geht jetzt um diesen Punkt 8. Aber die Frage ist, oder die interessante Sache ist, was ist dieser ausgegraute Ritterhelm hier, der jetzt runterläuft? Das kann jetzt gut sein, dass jetzt sich da jetzt die Schlacht entscheidet, dass es jetzt vielleicht in 5 Sekunden vorbei ist, weil Team Blau ja auch 4 Punkte kontrolliert. Jetzt leuchtet dieses Ritterkopf-Symbol auf. Und jetzt tickt die Uhr. Und jetzt scheint es doch irgendwie vorbei zu sein hier, das Ganze. Das ist jetzt hier der MVP. Am besten Performance hier gezeigt. Dann wird der nochmal für alle dargestellt, wer jetzt hier der Beste war. Und jetzt wird mit den Belagerungswaffen hier die feindliche Fraktion niedergemetzelt. Und das war's, Leute. Ihr seht jetzt hier schön nochmal das Leaderboard sozusagen. Seht, wer wie viel Tode hatte, wer wie viele Leute gekillt hat. Und ja, kriegt man hier eine Belohnung noch dafür. Und hier ist auch eine Leistung, so eine Erfahrungsleiste, irgendwas in der Hinsicht. Und ich glaube, ja, da ist auch der Ladebildschirm. Das heißt, das war's. Coole Sache, finde ich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Und ich würde mich sehr darüber freuen, natürlich von euch in den Kommentaren zu lesen, ob ihr euch auf dieses Feature freut, ob ihr dabei mitmachen würdet und was ihr jetzt hier dazu denkt, dass das nicht normalisiertes PvP ist. Würdet ihr euch das normalisiert wünschen? Oder findet ihr das okay, dass es jetzt in der Hinsicht, dass es mit dem Item-Level relevant ist und mit den Konsumgegenständen, dass man die auch einsetzen kann? Bin gespannt über eure Meinung. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dass wir uns bei einem anderen Video bald auch wiedersehen. Bis dahin, macht es gut und ciao.